Gruppenspiele genau terminiert, wann der FC Bayern in der Champions League ran muss. Bayern München ist der Favorit auf den Sieg in der Gruppe A der Champions League. Der Zeitplan für jedes Spiel steht nun fest. München, der FC Bayern hatte das Glück, in die Gruppenauslosung der UEFA Champions League einzuziehen. Im Gegensatz zu Borussia Dortmund vermied der deutsche Rekordmeister Todesgruppen und bekam brauchbare Gegner. Zur Gruppe A gehören Manchester United, Galatasaray Istanbul und der FC Kopenhagen. FC Bayern München mit einer interessanten Gruppe in der Champions League. In der Champions League wird jeder Gegner eine Herausforderung sein, aber wir werden sie mit großer Begeisterung und Hingabe angehen. United, Kopenhagen und Galatasaray werden für die Teams und die Fans sehr attraktive Gruppengegner sein. Wir freuen uns auf die weitere Entwicklung. Wir werden in naher Zukunft auf die europäische Bühne kommen, sagte Bayern-Trainer Thomas Duche nach der Auslosung in Monaco. Auch Geschäftsführer Jan-Christian Dresen blickt der Champions League-Saisons gespannt entgegen. Wir freuen uns alle sehr auf dieses Fußballspektakel. Es ist und bleibt die Königsklasse des Vereinsfußballs. Jetzt haben wir eine interessante Truppe mit attraktiven Gegnern. Jedes Spiel des FC Bayern München beginnt mit echten Krachen. Am 20. September, 21 Uhr, ist Manchester United zu Gast in der Allianz Arena. Es folgen der FC Kopenhagen am 3. Oktober und Galatasaray Istanbul am 24. Oktober. FC Bayern München, Champions League-Saisonauftakt mit Heimspiel gegen United. Das vierte Spiel des FC Bayern München findet am 8. November statt, mit dem Rückspiel gegen Galatasaray Istanbul. Am vorletzten Spieltag der Champions League-Gruppenphase trifft der deutsche Rekordmeister am 28. November auf den FC Kopenhagen. Während die Mannschaft von Thomas Duchel am letzten Spieltag, 12. November, beim englischen Spitzenklub Manchester United gastiert. Dezember Die Auslosung der K. O. Runde der Champions League erfolgt nach Runde 6 der letzten Gruppenphase. Die beiden besten Vereine jeder Gruppe qualifizieren sich für das Achtelfinale der Premier League. Die Achtgruppensieger treffen auf den Gruppenzweiten eine andere Gruppe und haben im entscheidenden Rückspielheimvorteil. Das große Finale findet am 1. Juni statt. Im Bambly-Stadion, London, Juni 2024.